Das ist ja gar nichts. Ich würde gerne noch mal neu schmecken und du willst ja. Das ist nicht. Das ist einfach zu schlecht. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf The Pace. Heute gibt es mal wieder das beste Spiel auf der ganzen Welt, nämlich Raft. Was wir quasi vor Jahren schon gespielt haben. Genau. Und er geht auch schon mal mit dem Hai hier ein bisschen baden, der Acer-Toro ein bisschen. Auch entspannt, ja. Ja, ich kann nichts, ich kann nichts, ich kann mit meinem Hacken nichts machen. Ähm, wir sind jetzt übrigens schon hier direkt bei der Insel, ne. Sollen wir irgendwas hier machen oder kann man da anlegen? Ne, du kannst irgendwo irgendwo gucken, soweit ich will. Also, einige Dinge haben sich auf jeden Fall geändert seit dem letzten Mal, wo wir das Spiel gespielt haben. Ist das jetzt eine gute Idee gewesen? Ich glaube nicht. Komm her! Komm her! Nein! 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 Tschüss! Wir spielen das Spiel dann mal getrennt. Wollen wir, wollen wir bitte einfach nochmal eine neue Welt machen? Nein! Mein Haken ist mal back, Mann! Ich kann nicht gehen! Du hast nur kein Aim! Nein! Guck doch! Minium! Guck dir das an! Als es um meiner geht. Okay, nicht getroffen. Ich schwöre jetzt zu dir, ne. Wahrscheinlich frisst mich der Hai. Okay. Ja, für drei. Ah! Elf mir! Also, ich habe mir meinen Bauch immer gebastelt. Lul, der greift mich gar nicht an. Nur einmal! Muss ich jetzt immer ins fucking Wasser springen, um die Zeug zu verlassen? Nein, Mann! Als auch so, als auch so was du nehmen kannst. Nein! Der Haken funktioniert nicht! Zeig nochmal! Geht der einfach vorbei, oder? Guck mal, der ist fast davon. Also, der Haken ist ja theoretisch mehr sowas von ähnlich. Das ist gar nichts! Ich kann gleich gerne noch mal neu connecten in die Wilde zurück. Bist einfach zu schlecht. Nimm mal den da. Okay, da habe ich jetzt tatsächlich einmal daneben gebrochen. Ey! Herzlichen Glückmut! Ähm... Ich würde sagen, wir vergrößern erstmal das Teil hier, oder? Ist es wahrscheinlich... Ja, das sind vollste. Oh mein Gott, deckt das. Nee. Oh nee, der macht das schon wieder alles kaputt, dieser Lappen, Alter. Ich würde jetzt mal geäuchten, ich kann mal leicht, oder? Ähm... Schwer, oder... Alter, wie viele Blanken kommst du denn da für mich? Das ist doch berastend. Wow, was gibt's da alles? Hast du herausgefunden, aus was du in der Suchenzeit sein machst? Boah, ne Treppe, nice. Boah, ne Treppe, nice. Ah, hab ich nicht genug. Äh, aus was man was, was macht? Vielleicht mal so'n Forschungstisch. Mhm. Mhm. Das ist gar nicht mal so rum. Boah, guck dir den Big Boss Fisch hier an, Alter. Genau, geh mal blühen, wie man muss essen, ne? Der ist so groß, wie... ...wie der ganze Krille. Geh weg. Ah, dringend schon wieder leer. Läuft. Alter, ich mach zwei von den Dingern, weil das ist scheiße so. Das reicht nicht für zwei Leute. Den hier machen und dann... ...und dann muss er dann wieder aufbauen. Ja, aber das... Ich bin grad relativ fein, was dringend gibt's hier. Ja gut, dann nehm ich das nächste, weil mir wird's schon wieder eng. Können sie die nächste zwei nehmen, theoretisch. So, ich hab mal einen Forschungstisch gepasst. Oh, die Shit. Der nimmt Dezent Platz weg. Warte mal. Habe ich planten? Gucken wir mal, irgendwas zu krass. So ein bisschen. Geh weg, geh weg. Jetzt hab ich grad versprochen. Oh, vermisst du. Du sollst sterben. Du sollst sterben. Verdammt. Hey, da ist ein anderes Floß, what the fuck. Wir brauchen ein Segel. Das könnten wir plündern. Da sind bestimmt geile Sachen drauf. Wir brauchen ein Segel und ein Anker oder was? Alter, für das scheiß Angeln braucht man so viel Seil, das nervt. Hm? Für die Angel braucht man so viel Seil, das nervt immer. Mensch. Leids. Ich würde gerne nur mehr fangen. Die fangenarten sind ja gar nicht so viel, glaube ich. Hm? Das ist ein nice. Das ist dein Pfarrer. Jetzt hab ich schon wieder so ein riesen Viech. Komm mal, die sehen immer geiler aus. Guck dir den an. Hier ist ein Gesicht, Alter. Das ist... ein... WELZ! Nicht Profi. Ich hab auch keine Ahnung von Fischen dazu. Ja, das hätte man wissen können tatsächlich. Nee. Also ich mach mal noch eine Runde Fangnetz. Und zwar eigentlich würde ich bloß gerne hier sitzen. Also wieder so eine Fangnetz-Fronthand quasi. Mhm. Und sonst aktiv auf die Seite beschränken können. Oha... See... Was? Seebrasse. Was ist das denn? Keine Ahnung. Also der ist auf jeden Fall winzig. Würdest du mich als Essen erinnerst, ich sollte mal besitzen. Ja. Da liegt auch noch was, falls du... Unten schlägt die Trinken nebenbei. Ach ich nehm die, nehm ich doch grad die Flunder dazu. Die gönne ich mir doch erstmal. Gönnung. Ach ja, Raft ist doch so ein interögliches Spiel. In VR wär das geil. Ich sammel die ganze Zeit den kleinen scheiß Fisch, Alter. Ah, kommt es darauf an, wie weit man seine Angel wirft? Macht zwar keinen Sinn, aber... Irgendwie hab ich das Gefühl. Ich hab so Gefühl, ich weiß auch wie du das Ding nennen kannst. Besser als der... äh... ...Russian Fisch-Simulation-Tier. Macht auf jeden Fall mehr Spaß. Weil's nicht so kompliziert ist. Ich hab aber tatsächlich, wo ich den nochmal gescheißen hab, war ich gar nicht so... ...fxp. Heidegescheiß. Okay. Pass auf, wie man merkt, wie die See sich wieder beruhigt hat. Wie die hier, wo wir es dann sind. Schrott. Haiköder? Beschäftige den Hai. Ja, den Hai vielleicht. Ey. Das ist geil. Aber man kann den nur beschäftigen, also nichts machen oder was? Richtig. Ja, bringt ja nie so viel. Pall! Das bringt dir dann was, weil du irgendwann anfängst vor den Inseln zu tauchen. Oh, okay. Komm, warte mal, ich versuch mal das, sonst kann ich... Äh, hab ich was tun. Machst du den echt auch so? Oder... Oder ne Ruder oder ein Segel. Ja, ein Segel wäre ganz nice. Ich soll eigentlich Segel machen. Gehst du jetzt weg! Das ist schon wieder ein anderes Floß. Wir docken an! Ahja! Was haben wir hier, so ein Krill? Oh! Kollision! Kollision! Scheiße, ich geh unter! Nein! Nein! Okay. Okay. Irgendwie... Kiste aufnehmen. Ah, okay. Die Kiste ist gut. Äh, ja. Lass mal kurz schlafen gehen. Sogar das andere Schiff einfach versenkt. Ist einfach untergegangen. Ich hab keine Ahnung. Leg dich mal hin. Ich bin wahrscheinlich tot am nächsten Mal. Aber... Ich brauch sehr dringend was zu essen. Ja, wir müssen wieder Fische sammeln, weil... Oder? Das bringt schon wenig, das Zeug. Ich ess mal in echt was, vielleicht hilft das ja. Ich weiß, wer weiß. Ja, die Kartoffeln sind glaub ich fertig, ne? Loll, einfach gar kein Zeug gerade. Oh ja. Jetzt ist halt echt grad so ein bisschen in der Dose. Wir sollten vielleicht unser Segel in euch... Zeug setzen, heißt so ein bisschen... Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Boah ist das Zeugschirm weg Ey das ist ne Insel Aber wie machen wir das jetzt? Haben wir nen Anker irgendwie oder? Müssen wir noch kurz einen bauen Ähm sonst wär das blöd Ok jetzt haben wir nen Anker Ok gut Ich weiß bloß nicht was Musst du den außen hinsetzen weil dann ist er wahrscheinlich gleich weg Ja natürlich musst du den irgendwo außen hinsetzen Scheiße Ich setz ihn mal dahin, da wird er schon weg Haha lol 100 Zoll hin Aber nicht, pass auch dass die Steine nicht rausfliegen Ja theoretisch können wir uns auch Naja Ist mir auch gut Ok jetzt ist mal eingeankert und wie holt man den Anker wieder ein? Entfernen oder? Ja Ja der würde schon nicht weggehen dann Entfernen denk ich Ok probier das mal Ich mach mal entfernen Oh 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 Ich glaub das ist ein One-Time-Use-Anker Haha Ja aber der hätte eh nichts gebracht hier Ja ich merk's aber das ist gut zu wissen Ich bau nochmal einen Ja Ja Kurs müsste es ja halbwegs schwimmen Ein bisschen so Und nächstes Mal steuern wir jetzt auf die Insel zu und dann schmeißen wir den da vor Ja Aber der hätte ja aus Fehlern, sonst wärs ja auch langweilig Äh ich hab übrigens hart Hunger Wir sitzen an der Essensfront aus Ja ich brauch ne neue Angel Also ich mach kurz eine Ich mach kurz eine Ich mach kurz Eine Angel Session Äh Insel 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 Warte ich brech kurz das Angeln ab Wo kann man da anlegen? Äh nirgends, du musst dich halt irgendwie hochbauen Ich glaub wir kommen da nicht mehr hin Was den Wind angeht Du musst dich eh hochbauen Ja gut hast du den Achso hast du den Anker schon gebaut? Ne Weil ich weiss nicht ob wir näher hinkommen Das ist die Frage Scheint so dass es nicht näher ist Okay Bisschen auf dieser vielleicht noch oder? Naja Geh nur weiter weg Und wie baut man sich da dann hoch? Äh Du musst dich jetzt ja nach vorne basteln Äh Soll ich den Angeln Den Dingern rauswerfen? Den Anker? Wir können ja versuchen den Anker zu werfen zu speichern Und dann Dann nix mehr aber ich bin echt müde gerade NICHT? Ich werfe plötzlich den Anker Und hält speichern So aber ich bin müde Ich weiss ja nicht Ich würd pennen gehen Okay Also kannst du mal machen das Abmarsuch Kannst du noch ein bisschen machen? Hm Hat doch so annehmbar geklappt Am Ende vom Tag Denk ich Was willst du noch dazu sagen? Auf jeden Fall Bin ich mir nicht sicher Ob dieses Spiel für Videos geeignet ist Es ist schwierig tatsächlich Aber Ja Wir schauen weiter was wir noch so bringen können Wir haben also Einfach mal weitergemacht was Early Access angeht Vielleicht bringen wir auch mal wieder die nächste Mal eine Runde Ring of Elysium Ich schnapp euch Ich schnapp euch die Tabla, was ihr sehen wollt Und sonst Bis zum nächsten Video Und wir freu euch die Hilfe für Hunger Tschö Willi Ciao